Ähm, wo ist denn hier der Weg? Achso. Benef. Alter, still nicht diese Irren. Der hat doch nicht ohne... Ohne Mist hat er jetzt hier echt die ganze Zeit gewartet. Der hat hier die ganze Zeit gew... Der muss tatsächlich ziemlich verrückt gewesen sein, wenn er hier die ganze Zeit wartet. Also, richtig verrückt. So. Achso. Ja. Keine Tolmant. Oh. Dieser verrückte Sass. Oh, ich hab fast Level ab. Cool. Ich. Alter. Alter. Boah, sind die wahnsinnig. Ist ja noch irgendwo in der Nähe. Einer da hinten ist, glaub ich, noch einer. Upgrades! Schon wieder. Der wurde endlich entwickelt. Aha. Uh, er hat die Infiz-Fund-Stand-Beteiligung zu lenken. Dieses Hedge-Band-Easy. Uh. Mhm. Naja. Mhm. Mhm. Machen wir erstmal den hier. Den Stocker-Bahn. Zielen in LT. LT plus R werfen. Dings. Mhm. 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 Okay. Der ist bewusstlos. Ähm, wo muss ich denn innen da hinten? Zu den brutalischen Gärten. Alle verrückten. Ausgeschaltet? Gut. Oh ja, nicht dass sie noch Randale machen. Das könnte uns schlecht ausgehen. Das brauchen wir natürlich nicht. Oh. Naja, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. So. Ah. 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 Oh. Mhm. Okay. 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 So, erstmal da rumgucken. Ist ja alles fit. Alles hat nur noch schon mal... Stimmt, ja, ja, klar, hier war ich schon mal. Boah, guttaschpo. So. Ich bin aber auf dem frischen Weg, jo. Na, viel aushalten tun sie nicht. Alter, wieso ist er nicht ausgewichen? Das war merkwürdig. Eigentlich hätte man ausweichen müssen. Was war noch in diesem Zoom drin, aber... Oh, wo ist er? Ja, zumal. Da. Da. So. So, jetzt kann ich das Ding endlich kaputt machen und hier ist noch eine Karte Pauvis und Ivy, cool Ich würde sagen erstmal die Irren ausschalten, sonst machen wir hier eine Randalle So, dann ist der nächste Okay, das ging schnell Boah, ist das ein Friedhof Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde geguckt Frank Bowls, okay, cool, Trikot freigeschaltet Boah, ja, das ist jetzt total Also die war nun wirklich nicht schwer Aber da muss man halt hingehen und gucken So, bevor ich hier noch springe So, ähm, diese ganzen Verrückten machen mich wahnsinnig Erstmal wieder rüber gehen und dann, ich glaub, ich geh einfach mal rein Und speichert er wahrscheinlich, hoffentlich Und dann beende ich die Aufnahme Das müsste dann auch erstmal reichen So, bisschen vorproduziert So, bisschen vorproduziert Noch ungefähr Wäm Wäm Boah, ich hab jetzt total krasse Möglichkeiten rein zu gehen Nutzen wir natürlich Na, da 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 gab's die Größte Überlage So So, da muss man wieder den Stuhl zurechtschieben Ich hab ja nicht so einen tollen Bürostuhl, sondern so einen Stick um meinen Küchenstuhl Es reicht, es reicht оф Säu Säu Ich wurde langsam sicher noch aufgewogen. Ich wollte immer noch fünf Stunden, aber mein Vater lieblich mit mir nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war ohne. Mir stand eine Woche vor der Projektionierung als der Mord. Ich hab den Film gesehen. Ich war ein, der hat Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das ich für mich machen muss, was ich will. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, muss ich zu erinnern? Erst du, Herr Stolz, dann kann ich dir helfen. Okay. Boah. Aber ich hab gerade irgendwas freigeschaltet. Das finde ich cool. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Hm, hat er noch nicht gespeichert. Alter! Das gibt's doch nicht. Warum sind die so wahnsinnig? Ich bin nicht im botanischen Garten. Warum bin ich nicht im botanischen Garten? Ich bin ein Akamist, Alter. Ey, geht's da nicht. Das ist die komplette Insel von diesen Wahnsinnigen. Das ist doch Wahnsinn. Witz gerissen, ja. Hier muss ich hoch gehen. Da. So. Oh, so. Okay, so. Gut. Ganz kurz jucken. Also, das muss er gespeichert haben. Wenn nicht, dann geh ich halt nächstes Mal noch. Das müsst ihr dann aber noch nicht mehr sehen. Also, ich bin erstmal hier. Die Aufnahme reicht für heute. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Bei der nächsten Folge. In derselben Folge. Mal schauen, wie ich schneide. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020